Herzlich Willkommen zu Bunte Live! Bunte Live ist das neue interaktive Live-Zeit-Format. Gestalten Sie unsere Webshow live! Sie können einmal bei uns anrufen, die Nummer steht direkt über unseren Köpfen. Oder benutzen unser Mail-Formular, hier über den Button Jetzt mitmachen. Dann öffnet sich das Formular und dann kann man direkt eine Mail schreiben. Registrieren sollten Sie auf jeden Fall, um flugs mitzutippen, in der Shoutbox, unser Schmuckstück von Bunte Live. Also, rufen Sie an, oder schreiben Sie in die Shoutbox Ihre Fragen. Sagt doch bitte, Herr Blatt, dass sein Kragen schief ist. Das machen wir sofort. Sie wollen vielleicht nur mal sehen, ob es wirklich live ist. Ist live! Wir müssen natürlich mal wieder auf die Shoutbox gucken. Und was wir noch haben, ist das Umfragefeld. Und da wollten wir ja wissen, wie schätzen Sie den Beruf des Models ein? Ist ja noch Neuland für manche, Skype. Das macht man ja nicht jedenfalls. Aber wenn man es erstmal hat, ist es eine Sensation, das sage ich Ihnen. Das ist ja Wahnsinn, ich dreh durch, das klappt ja wirklich! Mittlerweile ist ja Bunte Live im Internet überall verbreitet und verlinkt. Wir haben eine Bunte Live Backstage-Facebook-Gruppe gegründet. Ja, das ist eine Sensation. Und dann gibt es jetzt die Möglichkeit, Bunte Live in dem iTunes Store sich als Podcast zu abonnieren oder aber auch auf dem iPhone einfach anzuschauen. Ich danke dir. Vielen Dank.